Hallo, der Luftkurort Gading aus dem Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein bildet das wirtschaftliche Zentrum der Halbinsel Eiderstedt. Heute leben auf drei Quadratkilometern etwa 2750 Einwohner. Der beliebte Urlaubsort St. Peter-Ording befindet sich nur etwa 10 Kilometer entfernt und lockt mit Highlights wie einem Sandstrand von 12 Kilometer Länge. Das Apartmenthaus besteht aus 38 seniorengerechten Wohnungen und wurde 1997 errichtet. Es ist konzipiert für Pflege und betreutes Wohnen. Erwähnenswert ist besonders das mit 32.000 Quadratmetern ungewöhnlich große Areal. Bewohner können sich unter anderem auf 2,5 Kilometer lange Spazierwege, diverse Ruheplätze und einen idyllischen Teich freuen. Kommen wir nun zu den Highlights des Seniorenwohnparks Seidenhof im Überblick. Das Gebäude verfügt über 33 Einzelzimmer und 5 Doppelzimmer. Kaufpreise ab 129.701 Euro. Die Rendite beträgt anfänglich 7 Prozent, auch bei Leerstand des Apartments. Wir haben einen Mietvertrag von 20 bis zu 30 Jahren Länge mit Verlängerungsoptionen und staatlicher Refinanzierung. Zusätzlich eine automatische Mietsteigerung und einen Inflationsausgleich von 40 Prozent. Mit der Koala Pflege GmbH einen renommierten Betreiber. Zusätzlich historisch niedrige Zinssätze und eine komfortable Ausstattung. Allgemeine Informationen über die Investition in eine Pflegeimmobilie und für wen sie besonders geeignet ist, finden Sie auch auf dieser Seite in Form einer PDF-Datei. Nach dem Klicken auf den Anfrage-Button gelangen Sie auf das Kontaktformular, das Sie bitte ausfüllen und auf Abschicken drücken. Einer unserer unabhängigen Experten steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Selbstverständlich für Sie kostenlos und unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie und helfen Ihnen gerne.